Fotografie Fotografie gibt mir Mut. Fotografie bedeutet für mich Freiheit. Als wäre unser Leben, wenn wir keine Träume hätten, wenn wir nicht das machen würden, das uns glücklich macht. Diese Fragen habe ich mir oft gestellt. Aber was gibt es Schöneres, als in den Raum zu leben? Meiner Meinung nach nichts. Ausser natürlich die wundervolle Beziehung mit meiner Frau. In der heutigen Zeit mit Smartphone und Co. Darf man sich bewusst die Frage stellen, ob es noch einen Fotograf braucht? Meiner Meinung nach geht es um viel mehr als nur um ein gutes Bild. Das Zwischenmenschliche, das zwischen Paaren und mir entsteht, ist mir viel wichtiger und macht für mich die Fotografie zu etwas ganz Spezielles. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich neue Leute kennenlernen darf, mit ihnen zusammen lachen und einfach eine gute Zeit verbringen. Allgemein sollte man definitiv mehr auf sein Herz hören und das machen, was einem Freude macht und einem erfüllt. Für mich ist definitiv Fotografie leben. Mit meinen Bildern möchte ich zum Ausdruck bringen, wer ihr seid und was ihr fühlt. Ungestellt, echt und lebendig. Die letzten Tage, die ich jetzt nicht verminellt, Ich freue mich auch zu sein. Ich freue mich sehr, 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 sehr. Die Zeit wird der Zeit aufgeben.